So, da bin ich wieder zurück zu meinem Let's Play, der Buying of Isaac Rebirth mit dem DLC Afterbirth. Ich bin's mit der Euroboom36 und wir machen nun den Run weiter. Hallo, du musst hier runterkommen. Spinne. Danke. Boah, hör doch mal. Auf damit. Eine Münze, das ist sehr nett. Aua. Na, na, na. Okay. Ja. Ich kenne mal schon, ob hier gleich der Geheimgang ist. Da ist er doch so zu fisch. Ich bin mal wieder voll geheilt. Cool. Na? Oh, ich bin nervt. Two of Clubs. Yeah. So. Zuerst den Roten. Oh, ich bin nervt. 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 Oh, aber das könnte einfach sterben! So, geschafft! So, tu noch! Okay. Oh, ich hasse, dass ich nicht nirgendwo rankomme. Okay. Jetzt holen wir uns erstmal das Herz. So, wo sind wir denn jetzt? Gibt's jetzt nur euch, oder was? Hm. 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 Oh, cool. Okay. Okay. Nein! Oh! Boah! Das war jetzt echt dumm. Was hab ich denn gemacht mit der Karte? Tauros! Ja, Tauros, den will ich. So, wir haben noch ein paar Räume offen. Mal die erstmal, würde ich sagen. Leute, 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 Leute. Immer diese Skelette. Warum sind die so viele Skelette? Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Mö, ne. Die, die, die. Also, da muss ich nicht spielen. Widrig. Ja. Das ist nicht nur das Zettel. Das ist nicht nur das Zettel. Oskar ist so ein Schad, Mensch! Das Sun ist nicht schlecht, ich nehme jetzt einfach mal das hier mit. So, komm schon, geht rauf! So, das nehme ich gleich wieder an mich. Oh Gott, bin ich klein! Hilfe! Ist das schwer, mich zu erkennen? Oh Gott! Oh Gott! Na komm! Kleine Scheißechen! Komm, geh rauf! Geh rauf! Gehst du bitte rauf! Dankeschön! So, ist hier vielleicht noch ein Boss drin? Nein! Geh rauf! Geh rauf! Genial! Jetzt habe ich viele Münzen! Wow! Okay! Geh rauf! Geh rauf! Geh rauf! So, ich darf nicht vergessen, das weiße Herz zu holen. Das darf ich nicht vergessen. Was sind wir erstmal? Never-ending-Stories. Musste das denn sein? The Temprince? Okay. Oh, man. Ist bitte auch noch drauf? Hey, cool! Ein Mitschießer! So, haben wir jetzt noch irgendeinen... Wie können wir eine Münzen noch da reinstecken? Ah, jetzt ist er endlich wieder voll! Okay. So, jetzt brauche ich noch das weiße Herzen, dann können wir abdüsen. Ich häng fest! Hilfe! Der Hermit? Nee, will ich nicht, danke. Oh Gott, okay. So, jetzt darf ich in keine Falle mehr reinrennen. Und dann stacheln oder sonst was. So, tschüssi! So, was erwartet uns hier? Oh Gott, im Ernst? Aua! Oh, gehst du bitte drauf! Na, keine Lust? Danke! Aua! So, ich bin ein Przekussion. Nicht sehr sinnvoll. Ausreden die schon wieder. Oh, noch ein weißes Herz. Bad Gas. Toll. So ein Blödsinn. Bad Gas. Ich bräuchte mehr Münzen. Hm. Hm. Na komm, ich setz mal Ewa ein. Ewa! Sieben Münzen hab ich jetzt schon mal. Was würd ich überhaupt von 15 Münzen kriegen? Ach, die schwarze Laterne. Die wär gar nicht mehr so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Och, ernsthaft? Ich könnte mal schauen, ob hier der Geheimgang ist. Würde mich voll interessieren. Ja, da ist er sogar. Cool. Ich hab nur so viele unerkundete Räume. Ach, ist das Spielgrund-Dunkel irgendwie gerade. Ich mach mal meinen Rollladen runter. Ich seh ja fast nix mehr. Ich bin blind! So, jetzt seh ich schon besser. Okay. Okay. Du-du-du-du-dum. Du-du-du-du-dum. Super. Ich bräuchte mehr Münzen. Joker. 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 Ich hab schon mal 14 Münzen. What's all this? Okay. Puberty. 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 Bad gas. Bad gas. Yesss. DMG ab. Okay. Hey, cool. Ich hab jetzt 15 Münzen. Okay, ich habe noch nicht den zweiten Geheimgang, ne? Da ist er! Hier! Hey, 50% off, das ist ja auch cool! Was ist das hier? Ja, okay, da war nix drin! DMG ab, ist ja cool! Mein Wecker klingelt, das ist blöd! Ich habe noch The Sun übrig, den nehme ich jetzt auch jetzt! The Sun, yay! So, einmal dahin pumpen, bitte! Pupi up, yeah! Oh, Mann! Zwei Schlüssel, okay! So, gut, das könnte ich noch das eine halbe Herster holen! Ah, schlimm! Komm her! Oh, ich bin viel zu schnell, wenn man mich fragt! So, okay! Duh, da da dumm! Duh, da dumm! Okay, die Secrets habe ich jetzt auch, aber ich wollte, habe eigentlich gehofft, ich krieg noch mehr Optionen für den Geheimgang, aber... Nicht für den Geheimgang, sondern für den Itemraum. Aber dann halt nicht. So, jetzt gehen wir trotzdem noch in den Itemraum rein. Da war man ja noch nicht drin. Ja, nur Müll. Toll. Warte, ich müsste ihn aber einsammeln. Ich weiß ja nicht, ob ich ihn noch schon gesammelt habe. Hier. So ein Blödsinn. Egal, okay. Jetzt muss ich dran denken, dass wir hier oben noch ein weißes Herz haben. Jetzt gehe ich jetzt erstmal zum Boss. Der hört mich manchmal sehr stark an. Äh, wie heißt er? An Monstro 2. Little Gish. Oh, cool. Sticky Friend. Yay. Also das stimmt ja, bei dir war ich ja schon drin. Gut, dann hole ich mir jetzt noch schnell das weiße Herz. Meins, 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 meins. Oh, ich bin so schnell. Hilfe. Das ist eigentlich hängen fest. So, wie stark bin ich jetzt eigentlich? Na ja, reicht schon aus. Ich hätte ja bloß noch gern große Tränen oder sowas in der Art. Gut, dann machen wir hier weiter im nächsten Video. Also bis dahin. Tschau, tschau, tschau. Tschau, tschau.